Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Kanal. Wieder eine Folge Minecraft Dirt zusammen mit dem Julian. Moin. Wir sind in F5. Woran das liegt, kann euch Julian mal erklären. Also es liegt daran, dass Flo es geschafft hat, mehrmals letztes Mal im Stream zu sterben. Oh, das ist fair. Ich bin in Lava gefallen. Das ist ein Witz. Ich bin tot. Ich bin tot. Hä? Hä? Junge. Was mache ich falsch in dem Game, Alter? Weiß nicht, wo ich lang muss. Hier ist ein Skelett, aber ich komme nicht weg. Oh mein Gott, nein. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich schwöre, ich bin tot. Ey, was war das? Ich schwöre es dir. Das ist nicht lustig. Warte, 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 warte. Nein, das ist... Ich will mir das an... Das ist nicht fair gewesen. Das war null fair. Guck dir das an, mein Team. Leute, ich verstehe nie. Weiß ist nicht, Junge. Ich würde einfach vom Skelett... Ich habe auch keine Waffe, jetzt wieder ein Skelett. Ich schwöre, ich bin tot. Ich schwöre, ich bin tot. Und wie unten rechts, das sollte ungefähr hier so, grad wann raus ist, sollte so eine Tabelle sein. Das ist der Kill-Counter. Je häufiger wir sterben, desto weiter schreitet das fort. Erst F5, dann ein Baum spenden, dann Horror-Game, ein Vlog vom Alltag, zwei Stunden Stream oder eine Verlosung. Genau. Wir sind jeden tot. Flo ist einmal gestorben. Also F5. Flo ist vielleicht eventuell noch einmal gestorben. Dann müssen wir jetzt den Baum spenden. Und wir müssen immer beide die Aufgabe machen, weil wir als Team spielen und nicht eins sind. Und ja, das ist jetzt die Folge. F5. Ganz genau. Das mit dem Baum spenden kommt aber in einem anderen Video. Wir fangen jetzt erstmal hier an mit dem F5. Wir waren hier... Wir haben hier in der letzten... Oh mein Gott, Junge. Wir haben hier in der letzten... In der letzten Folge beziehungsweise im Stream hier diese Pyramide entdeckt. Eigentlich hatten wir mehrere Pyramiden entdeckt. Wir hatten das nämlich die zweite Pyramide schon. Und ähm... Jetzt haben wir ja noch ein Dorf gefunden. Das haben wir aber im Stream noch nicht. Da waren wir aber im Stream noch nicht. Und jetzt wollten wir da gemeinsam mal hingehen. Also noch kurz zur Info. Ähm... Die Folgen werden nicht so lange sein wie im Stream. Ist natürlich verständlich. So um die 15 Minuten, vielleicht 20. Ich kann es nicht genau einschätzen. Wenn wir sehen, wenn wir im Kampf sind oder irgendwas spannendes, glaube ich, dann... Jetzt vielleicht mal ein bisschen länger. Ähm... Der Stream wird immer etwas länger und wird dann in ein paar Folgen zusammengeschnitten, denke ich mal. Ja, der erste Stream war aber etwa etwas länger, damit man... Vielleicht ein bisschen reinkommt. Tötet auch die Hühner. Die Hühner. Da braucht man essen. Komm, was hier ist. Was ist denn hier? Ich sehe nicht. Ich treffe sie nicht. Ja, ich weiß keine Hühner. Ach so, ja. Die lassen wir überlegen. Was brauchen wir denn nicht? Ich brauchen wir eine goldene Pferde Rüstung. Nein, ich schaue sie drum. Dann haben wir einfach alles mit. Weil wir auch sehen. FG. Dann gibt es aus Sand so... Zäune. Nehmen wir mal heul mit. Also ich weiß gar nicht. Zeig mal. Stufenweise über Zäune sind neu. Mal hier. So ein Trotteler. Geh mal in irgendein Bett hier. Ich bin schon drinnen. Ah ne, helfe. Ich hab das nur nass. Es ist nass. Lassen wir mal hier vorne gucken. Hier ist noch ein Geschenkort für Brot. Da auch 1. Da würde es aus sieben. Ja, ne? Voll nice. Okay. So. Weil was das ist. Und du, oder so, was in diesem Krieg haben? Ich würde sagen, wie die Leute haben. Ja, ja. Soll ich jetzt die Katze gebiet oder über das mehr einfach mal? Das ist jetzt die Frage, ne? Ich würde sagen, wir suchen uns einen richtig geilen Ort aus. Und dafür müssten wir, glaube ich, übers Wasser, denke ich mal. In F5 sieht das echt komisch aus. Ne. Hä? Doch hier vorne. Hier ist ein... Herr Wo denn? Bei mir. Ach da, ja. Pass auf, immer atmen, ne? Oh. Oh, da schießt ihr irgendwie auf mich? Ja, aber hier ist ein Vieh. Nichts so komisch unter was zu angreifen. Ja. Die Beschützung, glaube ich, diese Dinge, aber egal. Oh, fuck, ich gehe schaden. Fuck, 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 fuck. Was ist hier drin? Hier ist ne Kiste. Äh, ein Smaragdus da drin. Ein bisschen Larps, bisschen Eisen. oh nein ich krieg schaden ja ich habe dreieinhalb herzen ich komme nicht hoch ich komme nicht hoch ich komme nicht hoch dass du lehrt dass du ich bin oben ich habe aussehen ja ja schon klar aber ich kann nicht hoch weil ich im schiff war und ich habe war ich habe da kurzzeitig atmen können aber dann irgendwie nicht mehr erst mal erst mal essen ich einfach raus ich lasse das boot mal hier ich würde sagen was mir sieht es hier aus dafür gehen einfach weiter das ist hier eine Landschaft also eine große Landschaft oder eine kleine Insel ist die Frage wir erkunden das einfach ich hoffe auch noch hier ja ich sage wir laufen jetzt einfach ja ja bis zum nächsten Dorf dann haben wir das eigentlich schon ein Boot und zack ab geht es sind wieder Delfiner echt so eine Schildkröte da vorne wo da nächstes Boden Sand gibt es Schildkröten ja oder ja ja ist es ist in es ist es kann es kann es können ja es kann es kann es blsh es kann es geht du da es kann jetzt ich ich kunne sagen wir haben uns jetzt hier ganz schnell in Wien und der Schlupf in den Bergschlusserei ich habe keine Blöcke außer Weizen, ich würde sagen da kommt es gelättig, wo mir geht und ich bin in der 5 besser als normal jetzt haben wir jetzt mal in der 5 gemacht echt so bist fertig? ja, kann reinkommen kannst du zu machen oder so? ah, das ist ein bisschen ich mach doch halt so, ok legen wir die Licht hier mal da hin lege ich ok ah, kippa, kippa, kippa kippa es backt, es leckt nein Gott sei Dank hat das kein Schaden äh, ja gut, ich würde sagen Leute damit verabschieden wir uns für die Folge ähm war jetzt keine sehr erfolgreiche Folge, aber wir mussten einfach irgendwie überleben haben nach der guten Biome geguckt ja, ich würde sagen, ähm die nächste Folge ist wieder normal äh, wird im Livestream ja oh äh, entstehen noch so zu sagen ergänzt dich zu kommentieren aboieren, likes da lassen ganz genau ich würde sagen, links in der Beschreibung wir sehen uns im nächsten Stream wo Flo wahrscheinlich wieder nicht sterben wird kappa ne, äh, Junge, verspreche ich dir ja, nein tschüss